Hallo und willkommen zurück zu Harz und zu und zu einem weiteren Vogue-Karten-Preview-Video und einem weiteren Huster, natürlich, warum auch nicht. Und in diesem Video schauen wir uns den Eater of Secrets an, der jetzt hier auch wieder irgendwo auf dem Screen auftauchen sollte. Ja, dann gucken wir uns wie immer zuerst den Body an. Er ist eine 4-Mana-Kosten-Karte, hat 2 Angriffe und 4 Leben und hat den folgenden Battlecry. Zerstört alle gegnerischen Ziele, äh, Ziele, Secrets und, ähm, Krieg und erhalte für jedes zerstörte Secret 1 plus 1. Ja, das ist ja im Endeffekt die absolute, ähm, Secret-Paladin-Killer-Karte. Ja. Ja, hört sich ja erstmal alles gut an, ziemlich krass und so. Ist im Endeffekt, ähm, ja, der Ersatz für die Mystikerin von Kezan. Wobei ich persönlich den Effekt von der Mystikerin cooler fand, wenn man das gegnerische, ähm, Secret übernimmt. Ähm, weil da konnte man meistens nichts gegen machen, außer das Secret entweder zurückzuklauen oder, ja, man musste es halt auslösen. Jetzt hier durch den Eater of Secrets, ähm, werden erstmal die Secrets zerstört und man hat einen gewafften Minion. Aber der gewaffte Minion kann auch, äh, removed werden, ohne dass man da großartig einen Nutzen draus zieht. Gut, er frisst dann Removal oder vielleicht den einen oder anderen Minion. Ja, was ich aber denke, was auch das Problem, ähm, bei der Kezan Mystikerin ist, sie machen zu wenig und, äh, sind sonst auch anderweitig nicht wirklich gut, ist vielleicht nicht das richtige Wort. Aber man würde die eigentlich, also man, man hat die Kezan Mystikerin eigentlich größtenteils nur eingesetzt, um bei Freeze Mage, Mages, was weiß ich, den Eisblock zu klauen oder irgendeinen Shenanigans. Man würde jetzt nicht die Mystikerin von Kezan nehmen, um einen Secret Paladin, einen Secret zu klauen, weil, das würde nix bringen. Nicht sehr viel, sagen wir es mal so. Äh, und genau das Problem sehe ich im Moment beim Eater of Secret auch und vor allem, weil das halt auch ein 4-Mana-Kosten, äh, äh, Minion ist. Wenn wir jetzt hier mal einfach durchgucken, beim Druiden gibt es hier Hüter des Heinz für 4 Mana, äh, Prankenhieb für 4 Mana, ja, wilder Kämpfer für 4 Mana, ähm, ja, da würde ich zum Beispiel nirgendwo reintauschen. Beim Hunter sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Na gut, einen Erfachschuss sieht man auch nicht bei vielen, eher bei Midrange oder Control Hunter, wobei Control Hunter ja eher doch ein Exot ist. Da sieht man den Hundemeister ja denn schon wesentlich öfters. Beim Magier, ja, was haben wir denn da? Pff, ja, glaube ich, ein Sprengmagier, zur Zeit noch relativ beliebter 4-Drop, wird jetzt aber ja verschwinden im Standardmodus. Feuerball, ganz klar, Standardkarte beim Magier. Pff, ja. Problem der Rüstung, ist zwar eine coole Karte, wird aber eigentlich nicht gespielt, da wird eher der Arcana-Akanist, äh, Astraler-Akanist gespielt. Die Wii Spellstopper hier, die kleine Zauberblockerin, die lasse ich mir mal außen vor, weil die wirklich ganz selten ist. Ähm, sie ist zwar in einigen, äh, Netdecks noch vorhanden, aber eher nicht. Da ist hier zum Beispiel der Streiter von Dalaran öfters vorhanden. Ja, und dann auch noch Wasserelementar, also der Magier hat eigentlich auch recht solide, ähm, 4-Mana-Drops, wohingegen ich da jetzt nicht unbedingt den Ita of Secrets reinstellen würde. Denn, gehen wir mal zum Paladin, der eigentlich, hat ja eigentlich, der hat gar keine schlechte 4-Drop-Karte, muss ich sagen. Der Echtzauber-Champion ist top. Amadeus Zorns ist top, auch wenn er eigentlich ein bisschen teuer ist. Die Hüterin von Ulderman ist super, Molokritter ist auch, ja, ist in Ordnung. Kings ist super. Und Viye ist natürlich auch super, also Paladin hat, also ich würde da keine einzige dieser 4-Drop-Karten, gegen den Ita of Secrets tauschen. Beim Priester sieht es schon ein bisschen anders aus, weil dort, äh, ja, die Klassenkarten ja doch eher situationsbedingt sind. Ich würde den Eater of Secrets eher auf derselben Stufe wie ihn hier setzen, Lichtblut und Massenbannung. Alle anderen Karten würde ich deutlich höher einstufen als diese drei und den Eater of Secrets. Schauen wir mal zum Schurken. Gut, das fällt ja jetzt weg. Sabotage fällt auch weg. Das fällt nicht weg. Fällt das weg? Das fällt weg. Das bleibt. Und das bleibt auch. So und damit bleibt eigentlich im Standardmodus nur noch diese beiden 4-Drops über. Also könnte man eigentlich sagen, beim Schurken könnte ich mir den Eater of Secrets drin vorstellen, wenn sich das Meta so entwickelt, dass viele Magier, Paladine und Jäger unterwegs sind, die viele Secrets spielen. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, gibt es bessere 4-Drops, die man dann halt anstelle von den Karten hier substituieren könnte. Beim Schamanen würde ich mal sagen aufgeladen Hammer ist top, Brandwache ist top, Trainer Schnitzerin ist top und dann würde ich sagen der Rest ist eher situationsbedingt. Wobei bei einem Kampfstreit-Deck ist der auch sehr stark. Ja und der Rest, ah, Murlocke-Zeitenwander. Aber in einem Murloc-Deck ist eigentlich auch zu langsam. Wind-Sprecher in einem Winfury-Deck ist in einem Tempo-Schamanen drin. Also, ah, ist eigentlich auch nicht schlecht. Der Dunenmaul-Wüstenbrecher, gut, der fliegt sogar raus, also ist das uninteressant. Es wird auch kaum gespielt. Ist höchstens einmal drin, wenn überhaupt in einem Tempo-Schamanen. So, dann gehen wir mal zum Hexen-Meister, schauen hier mal rein. Vordrops, die gespielt werden, ja, der Leere rufe. Dann war das Blackrock, ne, oder ist das Naxx? Ne, ich glaub, das ist Naxx, ne. Ähm, ähm, siehste, können wir mal reingucken. Naxx? Ja, ist Naxx, okay. Ähm, ich hab das Icon nicht so ganz erkannt, das ist denn wohl Naxx, okay. Ähm, ja, Faust von Araxus. Ich persönlich mag sie, aber wird eigentlich... Also im Ranked hab ich die vielleicht erst ein- oder zweimal gesehen, wenn überhaupt. Ansonsten immer nur, wenn ich sie selbst gespielt hab. Ähm, ja, Schreckensross, Embarkate, keine Frage. Schattenflamme, in jedem Handlock-Deck zu finden, gute Karte. Und Implosion auch total übel, fliegt raus, äh, im Standard-Modus. Und natürlich das gute alte Hellfire, ja, ja. Oh, hm. Also beim Hexmeister würd ich... Äh, sind auch gute 4-Drops vorhanden. Also würd ich auch nicht unbedingt den Eater of Secrets, äh, dafür irgendwo reinsetzen. Beim Krieger, ja, das ist auch wieder so ne Klasse, die zwar 4-Drops hat, die aber auch wieder Deck-Type, ähm, Akketyp-mäßig, ähm, ja, äh, abhängig sind. Also, der Spide fliegt erstmal raus, äh, ja, der Rest, äh, ja, hier, äh, die Rostlaube fliegt auch raus. Ist eh eigentlich nicht mal in nem Mech-Krieger war die Karte drin, also, hm. Rost, ähm, ja, und hier der Axtwerfer und, ähm, der Cockron, die sind eher in Phase- bzw. Tempo-Krieger-Decks drin gewesen. Also im, in nem Control-Warrior hat man die eher nicht gefunden und dort waren dann halt die 4-Drops der Wahl eher eigentlich nur bis des Todes und dann halt die neutralen. Magna-Town, Alpha-Rodz, ähm, tödlicher Stoß war mal, hatte ich mal in nem Spell-Warrior drin. Ist auch in einigen Tempo-Warrioren oder Phase-Warrioren drin, äh, Warrior-Decks drin. Und da würd ich auch nicht sagen, dass ich da jetzt dafür ein Eater of Secrets reinlegen würde, also, ah, das ist auch wieder so ne Karte. Also, ist, hat eigentlich dasselbe Problem wie, ähm, wie die Kisan Mystic. Ohne, ohne den Effekt auszulösen, sind die Karten einfach rotz. Die sind zu teuer, wobei, 4 Mana für eine 3-4er, warte mal, das sind 7 Stats für 4 Mana. Hier sind 9 Stats für 4, äh, 4 Mana, hier sind, äh, 8 Stats für 4 Mana, 5 Stats für 4 Mana. Also, ähm, also, es ist relativ schlecht. Also, die haben hier, denk ich mal, das Secret-Clown, ähm, zu teuer, äh, drin. Gehen wir mal zu den 3-Mana-Kosten-Karten und gucken uns da mal die Stats an. Hier haben wir 5, 6, 6, 7. Hier haben wir sogar ein 7-Mana-Kosten-Minion, der, äh, theoretisch was zum Schweigen bringt für 3 Mana. Ich denk mal, Kisan Mystic hätte auch 3 Mana kosten können, also das wär auch in Ordnung gewesen. Dann auch 6, oder 6 Stats, 6 Stats, 6 Stats, also 7 Stats hier sogar, wenn auch die Verteilung nicht gerade sehr glücklich ist. Ähm, ja, denn hier 7 Stats, 5 Stats mit einem quasi, ja, eigentlich sind's ja 5 plus 2 plus 1, also sind's, äh, 8 für 3 Mana. Äh, also es ist schon ganz schön, ähm, ähm, verzwickt, wenn man sich das anguckt, dass hier die Kisan Mystic, ähm, bloß, äh, ja, 7, 7 Stats-Punkte hat. Und einen Effekt, der nicht, ja, eigentlich nur gegen, gegen, äh, ich sag schon mal, gegen Magier, gegen Hunter und gegen Paladine was bringt. Und dann auch bloß einmalig, also, äh, und, äh, der Eater of Secrets ist eigentlich noch viel schlimmer. Weil, der Battlecry ist dann, und, tjo, dann, wenn man Pech hat, kriegt man da bloß einen Buff und hat dann 3 Fimper für 4 Mana. Das ist nicht so toll. Äh, und 4 Mana, äh, ne, es gibt einfach zu viele andere Minions, selbst bei den neutralen Karten. Wenn ich mal hier, können wir hier mal kurz durch, durchgucken, äh, äh, neutral, nur neutral. Okay, so. Da hätten wir, was würde ich eher spielen, wenn ich jetzt einen 4-Drop spielen würde? Gut, der fliegt raus im Standardmodus, aber den würde ich eher spielen. Dann würde ich den Aufwert-Drop-Bot spielen, dann würde ich Totenspur, natürlich Schredder, keine Frage. Dann würde ich sogar den Drachkenzauber eher spielen. Oder hier den Dunkel-Eisen-Zwerg, Yeti, Elise, die Felsen-Kiefer-Drog auf jeden Fall. Frieren der Schneewold ist 10 mal besser als der Eater of Secrets. Ich würde sogar hier den Scheiß-Charge-Piss spielen oder hier die Gnomische Erfinderin. Also, hier sind so viele Klassik-Karten eigentlich. Oder hier auch diese super fette Karte, ähm, die ich auf jeden Fall dem Eater of Secrets, äh, vorziehen würde. Allein vom, vom Body her. Wenn ich irgendwo ein 4-Mana-Minion irgendwo ersetzen würde. Hier auch super fette Karte, Turniersanitäter oder violette Ausbilderin, super fett. Also, für eine 4-Mana-Kosten-Karte ist der Eater of Secrets einfach zu scheiße. Muss man mal so sagen. Bleibt abzuwarten, wie sich auch das Meta entwickelt. Vielleicht, wenn noch die eine oder andere Klasse vielleicht noch, äh, auch noch Secrets kriegt. Dass dann Secrets vielleicht, ähm, öfters vorkommen. So wie bei Yu-Gi-Oh! You activated my Trap-Card! Oder hast du nicht gesehen? Da könnte ich mir dann vorstellen, dass die Karte an, äh, Wert gewinnt. Aber so, in dem Falle, ist die Karte einfach Schrott. Und, ähm, ja. Da möchte ich dann an der Stelle das dann auch beenden, bevor ich hier noch weiter rumramble. Ja, und dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye!